Hallo? Okay, supi. Kannst du noch mehr von den Viechern für mich ausschalten? Ich hasse diese Viecher nämlich. Oh mein Gott! Fick, was ich hier miesen... ...dreckst... 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 ...Halte, Herzinfarkt! Boah! Hallo? Hallo? Nein! Muni, aus! Ekelhaftes Viech, ey! Oh Mann, ich glaube, wenn ich mit dem Spiel fertig bin, brauche ich erstmal ein neues Herz. Da hinten ist doch noch einer. Ich wusste es, dass... Okay, also alle diese Viecher, die auf dem Boden liegen, sind nicht tot. Hallo? Hilfst du mir nicht? Arschloch. So, wo geht's hier lang? Nirgends. Okay, aber ich check lieber alles, weil wer weiß, was da noch so auf mich zukommt. Kann ich das? Okay, gut zu wissen, ich kann das ausschalten, das ist sehr praktisch. Aber ich glaube, ich muss da rein, aber ich will erst nochmal hier gucken, weil ich weiß ja nicht, was sitzt hier. Oder soll ich erstmal da drinnen? Ich guck erstmal da drinnen. Nicht, dass es so ist wie vorhin und dann komme ich nicht mehr weiter und nicht mehr wieder zurück. Ich hasse diese Geräusche, die diese Viecher machen, mal so nebenbei bemerkt. Ist es euch da echt hoch? Ich weiß es nicht. Ich habe nicht mehr viel Muni, das ist schlecht. Fuck, das ist kein explodierendes... Was? Stirb! Nein! Oh, leck mich. Oh, Mist. Oh man, warum bin ich hier reingegangen? Kann mir das meiner sagen? Ich seh dich. Das ist ein Krabbe oder was auch immer. Shit. Oh, willst du mich verarschen? Ich habe keine Muni für nichts. Wie wäre es, wenn ich mal wieder ein bisschen Muni finde? Hallo? Oh, ich habe nur noch dafür Muni. Super. Ich bin am Arsch. Oh, Mist. Oh, Mist. Hier ist nichts mehr. Bitte, danke. Nein. Sieht nicht so aus. Jetzt wäre ich noch irgendwas. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Soll ich da runterspringen? Liegt da. Ja, sieht nicht so aus. Es wird da irgendwas liegen, was man brauchen kann. Sonst würde ich jetzt sagen, ich gehe da nochmal hin. Oh mein Gott. Stirb! Stirb! Was ist das? Erschreck mich! Nein, eine Kugel. Oh, lebt mich am Arsch. Oh nein, da liegt noch einer. Ich mache jetzt mal an, dass ich mir mal die Rohrzange, um meine letzte eine Kugel zu sparen. Du bist tot? Du bist tot? Du bist nicht tot, nehme ich an. War mir doch so klar. Du bist tot, offensichtlich. Was bist du? Oh mein Gott. Was seid ihr? Was seid ihr? Was seid ihr? Oh nein. Warum wechselt ihr jetzt einfach? Fuck. Fäck dich. Fäck dich. Was soll? Was seid ihr denn für Fiecher, ey? Das ist ja abartig. Au. Oh, Moment. Da gibt es noch was? Okay, Vorsitz selber hier. Das raus. Ich will hier weg. 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 Was bist du für ein Viech? Ach, du hast unter dem gelegen. Stimmt, ich erinnere mich. Was seid ihr? Was seid ihr? Was seid ihr? Was ist mich irgendwo? Ihr seid ja noch ekliger als die anderen Viecher. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Was? 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 Wollen wir uns in Ruhe, bitte? Bitte, bitte, bitte. Ach du Scheiße. Oh, na klasse. Drei auf einmal. Yay. Ich finde es toll, dass ihr mich so lieb habt, aber ich will nicht kuscheln. Geh weg. Hau ab. Ich weiß, ich bin echt eine Süße, aber nee, danke. Ich habe kein Interesse, Leute. Echt nicht. Ich habe schon genug Angebote. Lasst mich Ruhe. Wichser. Ekelhafte, widerliche Viecher, die irgendwie, keine Ahnung, so krank sind. Hä? Warte. Huh? Ich höre doch da wieder was. Okay. Ja, also ich muss sagen, dieser Ort gefällt mir ja nicht. Nicht mal annähernd. Okay. Da geht auch noch eine Treppe hoch. Oh Gott sei Dank. Treppen sind gut, weil ich glaube, diese Viecher können keine Treppen benutzen. Das finde ich schon mal sehr klasse. Was sind das für Geräusche, die ich da mache? Sie gefallen mir nicht. Hilfe. Oh, na toll. Geh da rein. Ich bin so Pro, ey. Ich meister dieses Spiel im Schlaf. Mit geschlossenen Augen und so. Was sind das für Geräusche? Okay, also ich hatte eigentlich gedacht, das wäre ein Shooter, aber ich glaube, das ist mehr so ein Horror-Game. Kann das sein? Kommt das denn? Kommt das denn? Kommt das denn? Ja, leichte. Ach du. Ach du bist der Typ, der die ganze Zeit gelabert hat, oder was? Was, hinter mir? Wo kam das jetzt her? Ich hasse euch. Junge Viecher. Danke für den Tipp, Junge. Le Parcours. Also ich weiß nicht, diese Geräusche sind schon irgendwie ein bisschen abartig. Gott, ich will nicht da rein. Da erwarten mich bestimmt... Komm raus, komm raus. Komm zu Papa. Äh, zu Mama. Zu Papa? Hä? Okay. Ich gehe schwer davon aus, dass ich hier rein muss. Lass mich hier rein, aber lass mich leben. Bitte. Hallo? Okay. Hier oben scheint es sicher zu sein, bis jetzt... Und ich will meine Pony nicht überschwinden. Ja, komm her. Komm her, komm her. Spring her. Komm her. Komm zu Mama. Sehr brav. Und jetzt du. Hey, da hinten. Hier bin ich. Na, komm her. Na, komm her. Ich will dir auf den Kopf hauen. Verdammt. Na, komm her. Autsch. Na, komm, Kitty, 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 Kitty. Komm, Kitty, Kitty, Kitty. Komm, Kitty, Kitty, Kitty. Komm, Kitty, Kitty. Spring doch nicht daneben. Hier bin ich. Komm her. Kriegst du auch ein Leckerleben. Oh. Okay, auf geht's. In den Kamp... Boah. Boah. Dieses Spiel ist überhaupt nicht stressig. Gar nicht. Stressig. Überhaupt nicht. Das ist wie ein Sommerurlaub. Also, es ist so entspannend. Ich kann es gar nicht ausdrücken. Eigentlich will ich da gar nicht durch, aber okay. Mami. Mami. Also, okay. Ähm. Mami. 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 Und wir sehen uns in der nächsten Aufnahme. Euch noch einen schönen Abend oder Morgen oder Nachmittag. Je nachdem, was es gerade bei euch ist. Und bis dahin. Tschüss. Tschüss.